Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen, hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Ich muss immer noch grinsen, wenn ich an die erste Begegnung zurückdenke, mit dem Mann, dessen Predigten mich umhauen, dessen Bücher großen Eindruck auf mich machen, ja, dessen Leben mich einfach fasziniert. Ich hatte mich sehr auf dieses Kennenlernen gefreut, doch als ich die Tür öffnete, war ich ehrlich gesagt erst einmal schockiert. Überall lagen Sachen herum, schreiende Kinder rannten mit ihren vielen Freunden durch das große Wohnzimmer. Wie es so ist, verletzte sich eines der Kinder und heulte nun laut und das nächste Kind nörgelte, weil es Hunger hatte. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Wie soll man hier zur Ruhe kommen? Wie soll man hier von Gott hören? Vielleicht sieht dein Leben genauso aus und du denkst, deswegen ist es für mich unmöglich, Zeit mit Gott zu verbringen, geschweige denn von ihm zu hören. Darf ich dich heute ermutigen? In diesem, nennen wir es Chaos, sind diese unfassbaren Predigten entstanden. In diesem Chaos hat Gott diesem Mann Worte geschenkt, die viele, viele, viele Leben verändern durften. Worte, die er sonst vielleicht nicht einmal gehört hätte. Er musste sich nicht äußerlich von seinem Platz bewegen, um von Gott zu hören. Wie er mir erzählte, hat er sich mit seiner Frau abgesprochen, um immer wieder Momente zu schaffen, in denen er sich zurückziehen konnte, um in diesem Zeitrahmen und ja inmitten des Lärms seine Predigten zu schreiben. Und das waren keine großen Zeitfenster, die er da hatte. Doch Gott kann dir in einem Moment mehr geben als in einem ganzen Leben. Das klingt jetzt vielleicht abgefahren, ist aber die absolute Wahrheit. Und noch ein Gedanke hierzu. Um Gott zu finden, musst du nicht einmal äußerlich nach einem ruhigen Ort suchen. Es reicht, wenn du innerlich zur Ruhe kommst. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Wenn wir Gott unsere Aufmerksamkeit geben, werden wir ihn inmitten unseres Chaos erleben. Danke für dich. Von der Hoffnung zum Wunder. Auf gottkennen.de findest du Antworten auf verschiedene Fragen. Menschen, die von ihren persönlichen Storys mit Gott erzählen und sogar die Möglichkeit, an Online-Kursen teilzunehmen. Untertitelung des ZDF, 2020